hat nach guten tag die reihe ja wir tauchen ein in die welt der brettspiele am pc bsw brettspielwelt online online portal doch um wir haben gedacht brettspieler auf dem brett wie es zu anzufassen anzufassen gibt ist ja langweilig und umständlich und doof zu filmen oh gott und alles und überhaupt deswegen gibt es sie nun in digitaler form ja und haben wir als brettspielliebhaber gedacht das bietet sich doch an ja den scheiß so zu spielen den scheiß alles so abgehakt heute und der anfangen macht zumindest mal kingdom builder weil wir sonst nichts können wir haben es ja schon mal gemacht und probiert und irgendwas anderes ausprobiert aber nicht jetzt schon wir haben irgendwas mit wikingern ausprobiert mit den inseln da okay hoppla das kostenlose erstsemester konzert abo das nehme ich in anspruch ja tust du das weiß ich nicht ich wollte mich hier nur als interessierten studenten geben ist ja schon verlockend so wenn ich lese besucht jeweils ein konzert der reinen sinfoniekonzerte kammerkonzerte jazzbühne konzerte a la carte ich glaube und ohne essen oh wie traurig so wie kinder und familienkonzerte findest du verlockend ja vor allem die sinfonie und so mhm bilde also ja soll man jetzt kingdom builder noch erklären das ist wenn wir wissen ja das ist echt ätzend also wir spielen einfach mal und erklären vielleicht warum wir etwas tun oder auch nicht also es gibt punkte am ende ja gold hier gibt es nochmal so drei wie nennt man das ja quests quasi die dann äh bei ihrer erfüllung also boni gold geben am ende bei der abrechnung wenn zahltag ist ja da hängen wir zum einen den einsiedler äh was ein gold für jede einzelstehende eigene siedlung so viel wie für jedes separate siedlungsgebiet ja verstehe ich nicht äh das ist doch selbstverständlich äh also ein siedlungsgebiet sind dann wohl mehrere siedlungen aneinanderhängend ja für die gibt es dann ein gold insgesamt und für jede siedlung innerhalb des gebiets nochmal und das für alle insgesamt ja für ein einzelstehende halt also wenn es siedlung irgendwo geht ohne an der andere drohtzugrenze griechisch dieses adjektiv habe ich hinten runtergeworfen ja verbinde ortsburg ortsburg ortsburgfelder miteinander vier gold für jedes ortsburgfeld das durch eigene siedlungen mit einem oder mehreren anderen ortsburgfeldern verbunden ist ja diese felder die sich hier deutlich von den anderen farbigen feldern oder mustern musternden feldern abheben also wenn man das jetzt mit der maus hier gut sieht ich hoffe doch hier im fenster bei der aufnahme sehe ich den mauszeiger jetzt nicht so gut aber man sieht welches feld ich markiere also wenn ich jetzt hier rum baue gibt es gold oder wenn ich von hier bis hier hin baue und die dann verbunden habe gibt es gold ja dann haben wir noch den entdecker aber hier ist eine frau abgebildet du bist das eigentlich heißen entdeckerin also sowas baue in vielen horizontalen linien eine siedlung ein gold für jede horizontale linie auf der mindestens eine eigene siedlung gebaut ist ja was horizontale linien sind hier muss ich nicht erklären gut und nun bin auch ich dran ne ja cool ne ja 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 so äh ich baue erstmal hier an irgendeine Ortschaft dran nein tu es nicht äh diese Karte ist schon so kacke ihr könnt gerade kotzen äh äh mies mies äh oh Ton das ist laut so ich muss mal erst den Zaun zurückstellen ja ich versuch das jetzt auch irgendwie damit ich hier mal eigentlich weg äh ich hab hier diese komische Wüste was für mich immer aussieht wie weizen das mag ich ja gar nicht irgendwie gibt es da nichts so tolles finde ich so ich kann es hier rumklicken also das Spiel verhindert schon äh beziehungsweise diese Plattform verhindert das bescheißen beim Spiel ja das ist schon so großer Vorteil gegenüber der nicht digitalen Variante ja das ist schon so ja das ist schon so hallo ja okay dann ja okay dann 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 ja ein Waldfeld ein Waldfeld mies mies hua so Special Skills hab ich mir jetzt hier verdient was weil ich dieses Gebäude die Farm umbaut habe darf ich jede Runde ist ja scheiße unabhängig von meiner Geländekarte hier auf Gras bauen ne so sieht man die anderen kann ich nicht anklicken das hingegen schon äh oha ja dann nutze ich doch grad mal die Möglichkeit aus 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 und vorbei ich habe hier noch insgesamt 30 Häuschen Siedlungen zu bauen der liebe Nichols auch bekannt als Aero Voice sehr gut oder zu früheren Zeiten Mathe auf dem Acker wollt ich das jetzt eigentlich was die Namen ne hier drauf drücken egal zu spät und um ja gut jetzt muss ich hinnehmen wie es ist ne auch sehr toll die Fenstergröße hier das ist ein wahres Full HD eine wahre Pracht ist das eine Pracht kann man es auch nennen ach fuck was habe ich jetzt schon wieder gemacht so wo baue ich denn das hin wo baue ich denn das hin was ist das ich bin auch so beschissen an diesem an diesem digitalen Brettspiel ach findest du naja wenn man sich mal kurz verklickt dann kann man gleich brechen man möchte brechen man möchte brechen ich verzichte auf mein Special Skill oh wie der scheiß Blumen Sand ich will doch keine Blumen nicht heute nicht von dir ähm ne das nervt echt muss man schon mal so sagen wir ist nicht also doch ich baue mal so da hin und mal so da hin mal so da hin mhm mhm einfach so ja einfach so äh ich sehe mich das ist eine richtig scheißrunde da sehe ich jetzt schon das ist echt nervig ähm 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 ich hab schon wieder scheißdrecksdreck ich sag's dir wie bitte ich hab schon wieder scheißdrecksdreck oh jetzt hast du natürlich die scheißwüste bevor ich da runter komme oh man möchte brechen so viel sage ich dir ja 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 so hm ja mach mir keine Faxen achso ich hab ja hier noch ich hab ja hier noch übrig nein 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 übrig hast du nichts mein Junge oh Gott nein ich verzichte da ist er dim 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 na schon wieder Sand nervt das alter so ne scheiße muss man erst mal haben nur nervt von Programm von Programm streikt sehr interessant es dürstet mich nach weiteren Infos ach bitte äh alter nervt es ich kann doch jetzt schon aufhören hab verloren deshalb hasse ich dieses Spiel ja man regt sich nur auf wie das eben ist bei solchen Spielen ja ich schwitze hier am tische fest wer schwitzt am tische fest ach ja das ist alles echt nervig ja das war auch wieder unnötig was mach ich denn für ne scheiße ich kann's dir nicht sagen ich kann's dir nicht sagen ich kann's mir nicht sagen ich kann's mir nicht sagen ich kann's mir nicht sagen oh jetzt habe ich tatsächlich Wald bekommen welch Freude ja ich auch ich auch ok in der Richtung gehe ich da oben eigentlich so wurscht oben oder unten Blumen gab's bisher noch gar nicht doch nur bei dir ja dreimal oder so übelst genau äh was mach ich denn jetzt hier das setz ich irgendwo hin noch wohin ich würde sagen hier so ne das ist auch kacke ich könnte eigentlich stehen hier ne geht nicht fuck 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 ich kann den nehmen und aufs Wasser setzen ist mir gar nicht mal so verkehrt ähm hier oben ging's auch aber ne bringt nichts oh nerf nerf bringt nix richtig ähm m m er gibt es nicht für scheiße das wollte ich jetzt nicht n n rot bin ich n ok jetzt schalte oben hin n ich hab das gefühl gar nicht mehr dran zu sein das bringt mir hier nichts das lass ich nix nix die lebe ist dreckig und ich hätte gerne krater aber ich krieg nur einen kater das finde ich gemein okay jetzt habe ich da blume 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 und dann kann ich man ja oben ist eben so ein blumiger mensch woher nervt es aber so rabartig verstehst du blume blume wieder scheitermacht wort warum macht manchmal so viel verkehrt eine gute frage Ich muss auf jeden Fall noch irgendwas setzen, das nervt. Also, ich setze das jetzt da rüber. Und dann noch da oben. Jetzt hat er auch mal Blume. Der Mann. Nee, das nervt doch. Warum kann ich nicht mal was geiles haben? Ja, ja, das... Ja. Naft nun in der Tat. Oh, das geht. Und du... Oragge, kann ich jetzt nicht verwenden. Geht jetzt wieder schon in der nächsten Runde dann. Stimmt. Ja. Da war was. Oh, ist das aber nicht. Nichts. Super. Oha. Ja. Ich mich freue. Scheiß Gras, ey. Ja, Gras ist doch per se jetzt nichts Schlechtes. Doch, bringt einfach überhaupt nichts und verschwendet meine scheiß Hütten. Hm. Guck mal. Na ja dann. Löst. Löst. Löst ein Koala-Bär sich nun mal in Luft auf. Äh, gut. Wohin damit? Hier hin. Uiuiui. Alter Nerv. Echt. Wie sollen wir da... Taktisch spielen? Wenn wir nur... Taktisch? Dreck kriegt. Eigentlich hätten wir doch mit dem Koala spielen. gehen können. Ganz witzig gefunden, wenn wir noch ein Fremder in der Runde gewesen wären. Ja. Weh. Ich hab das nix. Fascht den scheiß Krater. Ich will auch Krater, man. Bin ich da oben schon bald an dem nächsten scheiß Burg. Ich bin da oben schon bald an dem nächsten scheiß Burg. Man möchte brechen. Krass. Schon wieder kann. Gras. Nee, 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 noch. Wurftest du noch hinpacken? Da oben. Super. Das hat geholfen. Das kann ich wieder etwas versetzen. Packen wir mal das weg. Ist das die Frage wohin. Und das nutzt ja alles nichts mehr. Da oben auch nicht. ok dann einfach mal so was kann ich noch machen im kursfeld setzen. ja das bringt's ne das lass ich hau herauf oh man ja ja wo ist das denn sein endlich mal was gekriegt was ich auch wollte aber es ist noch nicht genug davon ich brauch noch viel mehr ja ob du das nun glaubst oder nicht ja oh wenn ich das dann kann ich sicher noch da hin ok ich benutze das scheiß ding jetzt einfach das gibt ja auch noch mal vier auch zwei sprung ja nichts dabei kann ja noch mal bringt auch nichts packmann doch das geht war geil so muss ich es machen okay 1 2 3 und jetzt diese und noch dazu kann ich noch was versetzen aus wasser oder so ja das geht den brauch ich aber noch da oben das packt war mann nehmen Uiui, oah, warum muss das sein? Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Da springen, oah, geil. Nice, man. Hier kann ich aber, oah, fuck. Hippie. Behindert. Ah, behindert. Super, hättest du mir das sparen können. Brrrrrt. Oh, da hoch hätt ich auch können. Fuck, fuck, fuck. Äh, ey. Was macht man jetzt? Ah, nee, das... Warum ist das so kacke? Jetzt nützt es nicht mal was. Oh, nee. Warum denn? Because? Okay, du musst jetzt auf jeden Fall trotzdem eins, zwei, drei. Oh, man. Oh, aber warum so ne Scheiße? Geil, da freut man sich. Puh. Wollte ich einmal was tolles. Nur einmal, bitte. Glaubig, glaubig. Egal, ich muss jetzt erst das Scheiß-Ding benutzen, bevor ich das vergesse. so. Jetzt hätt ich das ja echt gern noch verbunden, aber der Scheiß geht ja leider nicht. Jetzt muss ich möglichst geschickt vorgehen. Also ich kann... Eigentlich ist das echt egal. Ich kann eh nur eins machen. Ähm... Ja gut, dann da oben. Nee, Quatsch. Super. Egal. Oh, welch knappes Rennen. Boah, ja. Alter. Das war ja echt ne tolle Runde. Ich hab jetzt irgendwie... Ich hab irgendwie gar nicht dran gedacht, dass sobald einer leer hat, fertig ist. Ja gut, der zweite ist ja auch immer noch mehr dran. Ja, aber ich hätt mal zwei hier noch setzen können. Jo. Ähm, ja. Toll, wie er das auswertet. Ja, wenn alles schon klar ist. Leider halt ein bisschen effektlos, wenn das da steht. Mhm. Das macht schon... Das ist schon toll, dass man es mal sieht, durch was man hier Punkte geholt hat. Schon krass. Das ist nur... Na ja, du hattest fünf... ...so Burgfelder. Ja. Ja. Schon krass, ey. Ja. So. Wie fahren wir hinfort? Ja, wie auch immer du magst. Wir können eine weitere Partie angehen oder ein anderes Spiel suchen oder was weiß ich. Dauer. 29. 25. Hat das irgendwie... Hat das fünf Minuten gedauert, bis ich die Aufnahme hinbekommen habe. Weiß nicht. Scheint so. Nein. So, gucken wir was anderes. Ähm, ja. Zurück, zurück. So. Lobby. Ja, hier sieht man dann also... Alle Spiele. Elf nimmt. Sechs nimmt. Seven Wonders. Ich muss gestehen, dass ich das wenigste davon kann. Wir haben letztes Mal Wikinger probiert. Können wir ja gerne nochmal machen. Ich konnte mal Carcassonne. Und... Äh... Ja, Backgammon. Das kann ich vielleicht noch... Oh Gott. Äh... Da bin ich... Also ich bin nur... Und... Äh... Gab's nicht auch die Siedler von Katar? Äh... Das könnte ich noch... Und Touren und Taxis. Das war's dann glaube ich aber schon. Ich hatte nie jemanden, der mir so etwas beigebracht hat. Ich habe ja... Du, 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 du. Du, 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 du.